Willkommen zurück auf meinem Kanal. Pirelli stellt Reifen für 2019 vor. Ab nächstem Jahr wird Pirelli nur noch drei der sechs Reifenbezeichnungen zu einem Grand Prix mitbringen und das sind Soft, Medium und Hard. Während man sich diese Saison noch Hypersoft, Ultrasoft und Co. merken musste, wird es nächste Saison leichter. Bei den Regenreifen bleibt alles so wie jetzt auch. Ich zeige euch das mal anhand eines Beispiels vom Monaco Grand Prix. In diesem Jahr kamen dort Hypersoft, Ultrasoft und Supersoft zum Einsatz. 2019 wäre der Hypersoft der Softe, der Ultrasofte wäre der Medium und der Supersofte wäre der Harte. Die Reifenauswahl aus sechs verschiedenen Reifenhärtegraden bleibt weiterhin bestehen, nur die Farben ändern sich in Rot, Gelb und Weiß. Das Ganze wird dann möglicherweise nächstes Jahr in Australien beim Saisonauftakt umgestellt. Strafe für Vettel. Da er im ersten freien Training unter roter Flagge nicht ausreichend verlangsamt hat, um die Delta-Zeit in den Minisektoren zu erreichen, wird der Ferrari-Pilot um drei Startplätze nach hinten versetzt. Obendrauf gibt es von der FIA noch zwei Strafpunkte auf seine Superlizenz, aktuell steht er bei fünf. Die Regeln besagen, dass ein Fahrer innerhalb von 400 Metern seine Geschwindigkeit um mindestens 145 Prozent verringert. Den Stewards war die Verlangsamung von Vettels Geschwindigkeit zu langsam. 27,7 Sekunden hat er dafür gebraucht, um genug vom Gas gegangen zu sein. Im Falle des USA Grand Prix wären das die Minisektoren 6 und 7. Das hat man ihm auch per Funk mitgeteilt. In dieser Saison ist das Riccardo in Australien und Ocon in Japan auch schon passiert. 2019er Flügeltestverbot in Abu Dhabi. Beim Abschlusstest nach dem Abu Dhabi Grand Prix dürfen die 2019er Flügel nicht verwendet werden, da es sich um einen reinen Reifentest handele und die aktuellen Komponenten benutzt werden müssen. Die Formel 1 Teams dürfen ihre neuen Flügel, der noch breiter ist als der jetzige, ausschließlich in Windkanälen und an Supercomputern testen. Seit dem Ungarn-Test im Sommer haben sich die Konzepte weiterentwickelt. Es fehlt an Datenmaterial der Strecke. Kritik kommt von Nick Chester, dem Chassis-Chef von Renault. Er ist der Meinung, dass viele Teams interessiert gewesen wären, den neuen Frontflügel in Abu Dhabi zu testen. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.